Servus Leute, was geht's? Danke fürs Wiederhabenstatt und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier gerade am Stunt Spot unterwegs. Die Karren werden warm. Schauen wir mal, was heute so geht. So Leute, das erste Mal. Die ersten Circles probieren mit den neuen Sozio-Specs. Gucken, ob das klappt. Sieht auf jeden Fall machbar aus. Es ist natürlich auch schwierig, dieses Kupplungs-Game mit einer Einzylinder zu machen. Die klappt auch ziemlich hart schnell aus. Und es ist so herrlich kalt. Ja, das war der erste Circle mit der CR-R450. Ich beschlage so in einem Helm, ey. Also jeder, der bei dem Temperatur Motorrad fährt, der kann mir dabei pflichten. Helme beschlagen ab einer gewissen Temperatur so hart. Ja, es ist echt nervig. Ha! Gatti! Ja, so I roll up to the party, dude. I look around, man, nothing new. I see my girl sipping on a brew. That's when I knew what I wanna do. My heart's fast, so I talk slow. And what I'm saying, man, I don't know. I just hope I look like a bro. Cause all I wanna do is take her home. Body like a spinner. We're sipping on liquor catalyst for a sinner. I feel my blood run thinner. Straight to my liver. Now I wanna pull the trigger. I wanna move a little quicker. Skipping on the dinner. Feeling on your finger. Turn the lights down dimmer. Think I beat the winner. Doesn't know I'm a beginner. So I hope I can deliver. Ich hab's drauf. Ich hab's nochmal drauf. Ich hab's nochmal drauf. I think I like being risky. Whole cutter bras so tricky. And fuck, I'm way too dizzy. I sich hab's enough drauf. I make up my percentages. And yesterday, wirisern khuststeier. Ich hab' mitgesen gridlock. Ich hab' mitgesen drinnen und drinnen und lunar. Und halt, ich hab' mitgesen dassel. nothin'